heute herzlich willkommen auf den national gaming und heute spiele mal den make it lauder simulator und wir sollen hier anscheinend tippen und das machen wir auch mal denn damit machen wir so genannte beräuche dieses spiel soll irgendwie anscheinend laut werden also ich weiß nicht ob man bei mir überhaupt irgendwas hört wenn wir irgendwas mit geschenke dann haben wir doch dann sind wir hier drauf auch mal die zauberstark ich wünschen dann ja auch vereint und das ist echt laut ein sound so eine belohnung automatisch einstellen andere mikrofon anderes sound das 1000 dann muss ich eben kurz sparen auf 1000 dann kann ich das natürlich auch tun verkaufen ja perfekt jetzt habe ich genau 1000 und kann mir hier ein eil kaufen ane ich konnte mir kostenlos kaufen steht da der bessere mehr um claudie island heraus anion sieht man die ganzen welten ich mal den laden wir können einmal hier unsere lautsprecher wieder aktualisieren und dann haben wir auch kein geld mehr gut die lautsprecher sind jetzt verstehe ich was die lautsprecher sind wir sollen die mit nächsten dieser irgendeinen schreien 200 mal collect coin ok lohnung mega spiel ich habe auch irgendeinen code glaube ich hier kann das sein kann ich irgendwo code sein lösen ne 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 was ist das denn hier aha geschenke tag 2 drehrad das ist doch ein geil jetzt habe ich 300 mal münzen oder was ich habe 5900 wenn ich immer kommt kommt mein ding starb und jetzt kaufen wir uns gleich auch mal ein links bums lohnung einen entdecke die wolkige insel und da habe ich ja schon nicht ich kann einmal springen klingeln ok kann man irgendwo das auch upgraden alles geht wahrscheinlich hier mit oder ach ich wollte mir doch ein einkaufen habe ich jetzt ja eigentlich das erfüllt nö nö so da bin ich wieder eben kurz einmal weg öffnen nochmal ein eil in der hockung dass wir jetzt ein geiles kriegen in selten dasselbe was ich habe aus tier ist ähm ja 3,8 habe ich jetzt irgendwie ich glaube ich sollte doch mal hoch gehen kann das sein weil hier kaufen kann ich jetzt gerade nix gehen wir mal hier hoch würde ich sagen ok muss ich hier zum trampfen da ist das nö gut dann gehen wir doch mal hier hoch kann ich denn nicht mehr so springen ein boost kann irgendwie nicht mehr springen in bald hier wieder am rad komm schon diesmal was gutes na 100 sterne das braucht doch kein mensch stern shop zweimal sound ne wenn schon will ich mir einfach irgendwas anderes holen sprunghöhe ach hab ich denn jetzt nur noch sprunghöhe von 8 maximal 104 habe ich jetzt aha jetzt kann ich wieder höher nein oh so ein kack hier so so bam 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 und sie sich hier aha die welt muss man hoch ok nein mann was ist denn das für ein rotz und die schule da unten gelandet ich hänge in der wolke fest so ist ja noch eine wolke nö nein boah war das knapp ok jetzt bin ich hier bam so 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 sollte jetzt geschockt sein hey Leute ich habe echt keinen bock ich bin jetzt komplett wieder unten was ist denn das für rotz ja verkauf die scheiße hier mann mann kann ich wieder da hin Junge warum geht denn jedes mal die sprungkraft weg so 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 weiter 121 20 nein geht da nicht in das sauer wieder so 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 bam 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 dann hier hin ich habe es geschafft ja gut klingeln geschenk dreh natürlich 100 sterne schon wieder ja das ist ja sehr toll 350 habe ich nicht mehr habe ich auch nicht mehr nö so ok Leute ich würde sagen das war es mit dem video wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein like ein abo und kommentar da schaut außerdem auf meinen discord selber vorbei der ist unten in der videoschrank verlinkt ähm aktiviert die blogger damit ihr kein video mehr verpasst vielen dank für euren support ähm das freut mich immer persönlich sehr schreibt auch gerne was in die kommentare für den alten rhythmus würde mich auch freuen jetzt habt ein traum auf dem tag haut rein euer sandow ciao ciao